Paola Maria postete jetzt ein Foto von ihrem Babybauch auf Instagram. BFF Duggie B kommentierte es mit den Worten, schönste bald Mama. War das ein kleiner Seitenhieb gegen Duggies frühere Freundin Bibi, die ebenfalls schwanger ist? Unter deren Fotos sucht man solche Kommentare von Duggie nämlich vergeblich. Doch wahrscheinlich hat es Duggie gar nicht böse gemeint. Denn dem letzten Babybauchfoto von Bibi hat sie einen Like gegeben. Psst, kommt Bibis Kind viel früher als geplant? Mehr dazu erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de